Unendlichkeit ist ziemlich schwer einzuschätzen. Oh, ein Fahrstuhl. Na dann mal einsteigen. Und ab ins Unendliche. Dabei sehen wir uns das Verhalten ganz rationaler Funktionen im Unendlichen an. Kurz zur Wiederholung. Eine Funktion ist ganz rational, wenn ihr Funktionsterm eine Summe aus Kotenzen von x ist, deren Exponenten n natürliche Zahlen sind, wobei auch die 0 möglich ist. Hier ein Beispiel. Einzelne Koeffizienten können dabei auch gleich 0 sein, wie in dieser Funktion a3. Und ein Funktionsterm wie dieser kann auch in faktorisierter Form vorliegen, also umgeformt. Zum Beispiel so. Bei der Kurvendiskussion geht es nun darum, den Verlauf des Funktionsgrafen anhand einer Untersuchung der Funktionsgleichung zu erschließen. Um zu bestimmen, wie ein Graph für sehr, sehr große und sehr, sehr kleine x-Werte verläuft, müssen die Funktionswerte einer Funktion für eben solche Werte untersucht werden. Einfach gesagt, man setzt positiv-unendlich und negativ-unendlich in die Funktionsgleichung ein und schaut, was passiert. Das ist mit Verhalten im Unendlichen gemeint und wird oft auch Globalverhalten genannt. Mit unendlich lässt sich allerdings schlecht rechnen. Also machen wir es mal nicht zu verkopft und setzen einfach mal 10.000 ein. Und zwar in diese Funktion. Das Ergebnis ist 1 mal 10 hoch 16, gerundet auf drei Stellen hinter dem Komma. Das ist eine 1 mit 16 Nullen. Positiv und ziemlich groß. Jetzt kostenlos testen. Musik Betrin